Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tato-Deutschland-Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Das macht mich einfach nur fassungslos. Das ist gruselig, das ist ekelhaft. Boah. Das ist ja Gewalt. Doch es ist nur der Auftakt zur Gewalt. Der Startschuss für einen Mord. Was mich da beeindruckt, ist diese ja fast schon Naivität, mit der die Verschwörer da ans Werk gegangen sind. Und vielleicht taucht eines Tages doch noch der alles entscheidende Hinweis auf. Eure Hosts Nathalie Strauß und Mirko Casimir öffnen Fallakten vom Mord an Ramses III. bis zum Kannibalen von Rothenburg. Können Sie uns sagen, wo sich die Frau befindet? Reno G. soll geantwortet haben, das kann ich. Sie ist im Koffer unter dem Küchentisch. Boah, da läuft's mir echt den Rücken runter, wie kaltblütig dieser Mann vorgegangen ist. Der dunkle Januar. Das Tatort Deutschland-Spezial bei BILD. Ab 2.1. jeden Morgen von Montag bis Freitag ein spannender Kriminalfall. Überall, wo es gute Podcasts gibt.